Musik Habt ihr das mitbekommen? Ich hab die einzige Karte gefunden Erst müssen wir den Franz mit auf den Vogel bringen Oh oh Ich hab keine Munition So So 1 2 Aua Ja was? Der wird dir die Augen aus den Höhlen lutschen Hat er schon gemacht ey Oder versucht es aber mein cooler stylischer Hulk Hogan Bart Der wird ihn ablenken Der wird ihn ablenken Zack Ist der gleich runter gefallen? Ne Was flog denn da? Ich hab nachgeladen und dann schmeißt er die weg Dafür machen wir hier auf Kommando, Kommando, Kommando Hier ist ja voll die Kommandokiste Kommandokiste? Auf Kommandokiste Kiste? Kommando War das das Kommando? Ist das Kommandokiste oder? Oben ist irgendwas zum drücken Drück mich Komma hoch Hier Free Hugs Müssen wir hoch Dann nehmen wir noch hier Oh Frederik der Fisch Oh Guck mal Die große Flucht Sein Haustier Guck mal Im Beutel Ist das ein Beutel oder ein Glasbehälter? Soll das ein Beutel darstellen? Ich nehm ihn mal mit Ihr lasst ihn sonst noch fallen Ja natürlich Ja du Du bist da ja eh sehr Ne? Ert große Taschen Ja weil ihr die Beute habt Ich hab nen Beutel Überhaupt den Fahrstuhl wo Mortha wieder rauskommt Wie jedes Mal Ja jedes Mal kommt der da raus Aber hier konnte man irgendwo einkaufen oder? Ah ja Ja hier beim Pian Hebt mich erstmal hoch Oh ich hab den falschen hoch gehoben Ja Gehen auf Leer Das wird wieder Das wird wieder Das wird wieder Die schießen auf uns Hat er Inzest gerufen? Kommt einfach in den Fahrstuhl rein Leute Es werden zu viele Ja wir brauchen doch hier einkaufen oder nicht? Oh ich hol grad ganz viel Munition Ok ich hab's überlebt Wir einkaufen und wir einkaufen mit den Lift Los 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 Riech in den Lift, Marf! Ich muss Mortar erledigen! Mortar ist tot! So, ich muss jetzt schon einkaufen! Deine Mortar! Der Lift funktioniert nicht mehr, oder was? Doch, musst du gehen! Dann los, los, los! Rein, rein, krass! Reiß, reiß! Ich bin drin! Ah! Tschüss! Ah, diese entspannende Musik hier! Seid zu täten! Nein! Die-di-di! Kann man meine Waffen jetzt alle nachladen! Ist das nicht, wie heißt der? Little Elephant walk oder so, ne? Heißt das nicht so? Ich glaub schon! Kannst den kleinen Elefanten ja mal fragen! Ich spreche nicht mit einem Elefanten! Die beleidigen mich immer! Was geht denn ab? Ich komm mit.... Ja! Du kommst ja nicht mal da raus, ey! Ich komm nicht mal raus! So bist schon verrückt! Hier, der braucht erstmal hier, kriegt der einen Slack-Behälter. No. Kinder Slack, niemals eure Nachbarn. Mit einem Slack ist er im Mund. Was war das denn? Was macht ihr denn? Was hast du getan? Ähm, er ist tot. Wer ist tot? Ja, niemand. Der, der die Dinger haben wollte? Ja, ein Stahlkasten hat ihn. Hat ihn zerquächt. Was hast du gemacht? Oh! Hallo? Ich bin an einem Platz, an dem ich sterben kann. Ach so. Ich glaube, hier kommt man nicht mehr raus. Oh, doch, oh. Da. Oh, ey. Hier liegt Cash überall. Oh, er ist tot. Super. Nehmen wir mal den Cash mit. Oh. Das brennt hier und ich bin tot. Mein Freund, der Baum ist tot. Wo bist du? Da unten. Da unten. Danke. Willkommen im Leben. Oh, Jesus. Danke. Wie war das Lied? Jesus. Ich weiß nicht. Oder meinst du, äh, jede Zelle meines Körpers ist glücklich? Ne, da hat das auch so ein anderes geschickt. Der Kreis hat nämlich einen unglaublich interessanten Musikgeschmack. Das findet immer wieder die tollsten Lieder. Ich habe einfach nur, äh, YouTube. Und dann sind rechts immer Vorschläge und man klickt sich durch, klickt sich durch und irgendwann lacht man sich kaputt. So wie der Typ, der zeigt, wie man richtiges Frühstück macht. Wir haben ja alles fertig, wollen wir abhauen, wenn du willst, zum Ausgang. Feigling. Wir lassen Marv zurück. Wer hat mir in den Nacken geschossen. Na toll, fällt er hier vor mir hin. Ich bin voll über dich gestolpert. Seid ihr? Hier hinten, wir springen von der Klippe. In der Luft haben sie ihn erwischt. Wie eine Ton-Taube. Na, 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 na. So jetzt runter, da. Hier einfach geradeaus. Ja, ja. Party. Dann geradeaus durch. Wow. Oh. Lauf, lauf, lauf. Schon wieder alles voller Gegner. Ist ja wahnsinnig, wie schnell die respawnen, ey. Diese Szene hatten wir übrigens schon mal in einer der letzten Folgen. Dass wir da runterspringen und dann weglaufen. Ja. Oh, einkaufen. Der ist aber ab hier, ey, der Badass-Copter. Badass, wir spielen. Scheiße, wir spielen. Das Wasser ist nicht zu sehr, Dever. So, das wegwengt. Uuuuh. 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 Die waren da noch raus. Uuuh. 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 wo der Garten leuchtet Wieso ich habe den Garten angezündet Elbe Sockenautomann alles klar aber fahrzeuge ich will hat erheblich steig ein ich hasse Goliath erheblich erheblich ein Ohrwurm so wir fahren jetzt ein bisschen schneller die Erde Drift total gegen dieses Teil gefahren wo ich fühle mich wie bei Tokio Drift ja dann geschickt Ding 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 auch unglaublich und ich habe hier die Kurve der Siegst die Falten aus dem Sack von der Geschwindigkeit nein, jetzt bin ich einen Meter zu früh stehen gegründet nein, jetzt bin ich nochmal einen Meter zu früh stehen da gehen die Falten direkt wieder rein Absolut will auch keiner sehen Was? Deine Kreisaufnahme konnte dir das jetzt sehen er hat gerade so eine Sackcam installiert gehabt mit Sackcam schwub schwub so ich gucke hier mal auf die Karte wohin ich habe bei sowas kriege ich ja einen Hochstand das wollen wir gar nicht wissen sehr weiter Weg meines Blutdrucks wir haben Zeit wie Zeit haben wir jetzt ja guck mal auf die Karte das wird umfahren durch die Wüste also die ganze Folge die restlichen 5 Minuten der aktuellen Folge hier sind so ein paar wie aber elegant ich durch die Wüste fahre ja also bis jetzt habe ich auch noch nicht gekotzt gebe ich ganz ehrlich zu schön gerade Linie aber jetzt gleich werden wir wahrscheinlich Barrel-Romern zum Abwinken er bereitet schon was vor 92 Folgen Borderlands da muss man doch irgendwie ja das ist ja Absicht wenn ich anders fahre ey warum ist denn der Grün ich höre das wenn du wenn du weniger redest wenn du dich konzentrierst dann planst du Schandtaten boah er hat einen krassen 360 gemacht an der Wand ich glaube die hinter uns die haben gerade gekotzt Guter Plan wenn einer jetzt ins Menü gegangen wäre wäre es das ausgewählt oh nein ey Water sind wir jetzt bei den Water Brothers hier braucht er nicht noch die Kleidung Kleidung? was ist das für fliegendes Schwein? achso das ist hier Happy Pig oh ey da hat es begonnen ja damals damals noch vor Moxie ey ehrlich da waren wir beim Happy Pig ey warum fahren wir eigentlich im Auto und teleportieren wir uns nicht weil teleportieren was für Anfänger ist Loser wir versuchen jetzt so langsam die Folgen so in die Länge zu ziehen weil knapp 100 Folgen Borderlands das kann ja nicht das wahre sein wir müssen ja noch weiterspielen wir fahren jetzt einmal die ganze Karte mit dem Auto ab wir wollen noch einmal hier retromäßig in Erinnerung schwelgen das ist das Happy Pig das habt ihr komplett vergessen ja das ist richtig oh das Schiff hier das fliegende das war auch schön so ein Best of Borderlands grad richtig schön hier sind auch so ein paar Skacks wisst ihr noch wann ihr euren ersten Skack hattet? oh das ist doch hier alt alt Dings alt F4 alt F4 oh Level 7 nochmal alt G4 alt Sanctuary das ist Sanctuary Hole das größte Loch ist Sanctuary Moxie du sagst immer so freche Sachen ja ich manchmal habe ich das auch wer wird denn verborgen in Schatzberg Erdbeerkäse Erdbeerkäse Mayonese Mayonese oh einkaufen Shopping Shopping ich kaufe mir rosa Kugeln aber ich muss damit aufhören ey das ist in den Livestreams höre ich auch schon immer Verlady ist voll männlich wenn ich will könnte ich mir in 2 Sekunden einen Bart wachsen lassen überall Guck mal ey weißt du wir sind doch am einkaufen er denkt sich hier auf der Jagen nach dem goldenen Loot ey ich belebe ihn mal wieder es geht um Reichtum I'm a rich man Boah ich werd voll die Feuerkanaden rein dass die alle schon so hohes Level haben hier die wissen auch dass hier der Schatz ist wahrscheinlich werden die uns am Level angepasst hier auf der Grand Line hier waren wir übrigens auch schon mal es ist schon wieder hier äh es ist Borderlands das ist aber normal die Beatverwurstung so lange Borderlands nicht auch noch von Disney gekauft wird meinst das sind wir auf der sicheren Seite solange vielleicht bietet Spiderman Handsome direkt ja auch eine Mickey Mouse mitzahlen und sagt willkommen im Club nein nein das wird letztendlich kauft das dann alles Microsoft oder Apple ja und dann streiten sie sich darum wem welche Lizenz gehört das ist meins ich hab das erfunden hat er dir erstmal einen Head nachgegeben ey voll gemein ich mag diesen Körperkontakt nicht wir haben ihn zusammengeschlagen naja ist kalt mit der Faust da hinten ist noch so ein fieser Nomadenfolterer effing Kleintöten der hat es nicht verdient dann kriegt der Große auf jeden Fall weniger Schaden du warst schon immer mein Liebling genau steh auf und da unten kannst du nichts töten du warst schon immer mein Liebling hat er gesagt bei mir ich schnucki putz no homo ey wow hehehe piiuuu wie er sich aufgelöst hat abgeraucht hier runter Leute ihr seid zu weit schon du bist zu weit Warte doch, warte lieber, okay. Worauf warte? Ich bin dein Fan. Worauf warte? Okay, da ist der Eingang. Ich will nur gucken, ob da der Eingang ist. Mitten in der Luft, weißt du? Ja, ja. Worauf warte? Halt mal ein bisschen an. Wir müssen noch mal irgendwie... ... ... ... ...